Ich soll aufhören? Ich soll aufhören? Ja, korrekt. Du warst doch diejenige, die gesagt hat, dass er dich total kontrolliert. Und als ich versuche zu helfen, da drehst du plötzlich alles um. Ich stehe da, als die böse Freundin. Und du? Du kannst nicht mal pünktlich sein, um dich zu entschuldigen. Ich glaub's ja wohl nicht. Hey, ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Ich bin hier, um dir zu vergeben. Angel ist mein Kind. Und sie ist die einzige, die ich nie hatte. Also bitte, nicht immer sagen, dass ich ein Kind meiner eigenen habe. Sie ist meine! Verstehst du mich nicht? Ich bin welisel. Natürlich macht das bocaern... Man macht da nicht eine Lärm Forne vergeben. Was tut komplette. Ich freue mich nicht. Ich bin jetzt mal, 42 Wochen. Das war's.